Bestätigt, Berlin, Tag und Nacht, JJ steigt aus. Und wieder verlässt uns Berlin, Tag und Nacht-Fans, ein echter Zuschauerliebling, JJ steigt aus. Erst vor wenigen Monaten kehrte Julia Jasmin Rühle nach langer Pause zurück zu Berlin, Tag und Nacht. Verdrehte dort ihrem Ex Fabrizio derart den Kopf, dass dieser ihre Hochzeit zum Platzen brachte. Nun tritt sie vielleicht bald mit Fabrizio vor den Traualtar, wie die Vorschau von Berlin, Tag und Nacht verrät. Lange scheint JJ ihr Glück mit der BTN-Crew jedoch nicht mehr zu genießen. Wie die Darstellerin auf Instagram verrät, wird sie die Serie Ende des Jahres verlassen. Bestätigt, Berlin, Tag und Nacht, JJ steigt aus. Die Serie wird wieder ohne JJ weitergehen, so Julia Jasmin Rühle auf der Plattform. Ich hoffe, dass ich bald auch wieder gesund und fit bin, wieder Vollgas geben kann und freue mich auf die Zukunft und auf meinen neuen Weg. Welchen Weg genau sie in Zukunft beschreiten will, verrät die Schauspielerin nicht. Doch offenbar geht es ihr derzeit nicht gut, wie in den Kommentaren der Fans zu lesen ist. Schade, dass du wieder gehst, aber wenn es dir nicht so gut geht, bringt es mir nichts, dich leiden zu lassen. Erhole dich gut und hoffe, dass du wiederkommst, so beispielsweise eine ihrer Follower. Von allen Seiten erhältst JJ viel Zuspruch, viel Glück für deinen neuen Weg. Sternchen und schade, war wirklich schön, dich mal wieder bei BTN zu sehen. Du hast deinen Job echt gut gemacht. Trotzdem wünsche ich dir alles Gute, heißt es bei Instagram. Dem können wir uns nur anschließen. Du hast den Job echt GOT gewinniyorum. Der Job ist wirklich gut gemacht.